Der guckt mich an! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tagit mit dem TKW und mir, dem Davido bei FF5. Und in der letzten Folge sind wir ja, achso wir wollten das ja cool machen, egal. Ja, in der letzten Folge haben wir ja am Haus weitergebaut, angefangen, gebaut und wir sind aus der Höhle rausgekommen. Na endlich. Die Diaspitzhacke lasse ich lieber zu Hause. Gehst du jetzt hin? Ich geh, äh, Holz holen und Erde holen. Ja, äh, kannst du bei mir vorbeikommen? Wie, willst du etwa wieder mitkommen? Ja. Okay. Boah, überall sind hier Creeperlöcher in der Stadt, die nicht gestopft wurden. Ich hätte jetzt fast gesagt, gefixt wurden. Ja, sprinten wär mal gut, ne? Gescheit sprinten, nicht Gurusprint. Ich kann einfach keine Treppe runterlaufen. Wollten wir nicht ins Netter gehen? Netter? Diese Folge? Eigentlich schon, gell? Wollen wir es uns doch anders überlegen und ins Netter gehen? Aber ich hab nur 8, ich hab 38 Level im Inventar, die würde ich nicht verlieren. Nein, dann machen wir zuerst Haus und versuchen ein Ding zu machen, ein Ding zu bauen. Ja, auch genug Bücher. Wir haben ja genug Dias für... Ja, ich hab 42 Bücher, äh nein, nicht 42, 24 Bücher oder so. Reichen die denn für 15 Bücherregale? Nein, aber wir haben... Es ist ein Anfang. Anstatt, dass wir wieder so scheiße, so die ganze Zeit Kühe farmen müssen. Wo hab ich mit den? Ja, Kühe farmen, was denn? Daher... Brauchst du die 24 Bücher? Okay. Ja, wir... Es macht sich... Es macht sich einer einen Tisch. Wieso? Und dann benutzen wir den zusammen. Ja, ich mach mir den. Ja, gut. Dann kannst du auch meine Bücher benutzen. Ja, dann gib mir die, wenn die denn wieder hier sind. Ich geh erst Bäume holen. Ja, ich will das noch da... das Dach noch da hinbauen. Ja, dann mach hin. Ja, ist ja gut! Hetz mich nicht! Doch, ich hetz dich! Das dauert mir zu lange. Okay, in der Zeit geh ich nun mal nach Hause. Ich bin gleich fertig! Hm, 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 hm... Meine Güte, ist der Weg kaputt hier übers Wasser. Warum kommst du eigentlich nicht mal zu mir? Können wir auch mal von mir aus losgehen. Ja, aber weil bei mir in der Nähe ein Dschungel ist. Ja, und ich brauch keinen Dschungel. Ja, ich brauch keinen Dschungel. Ja, ich geh erst aber mal von mir aus. Ja gut, ich komm dann zu dir gleich. Überredet, ne? Leck. Das ist wirklich so gescheit, dass wir jetzt in der Nacht gehen. Wieso Nacht? Es wird erst gleich Nacht. Ja, aber wenn wir losgehen... Ja, wir können ja vorher noch mal pennen gehen, ist doch ein ganz... Ja, ich bin aber jetzt auf dem Weg zu dir. Ja, pensch, dann bring dein Bett. Ja, dann geh mal. Nein, dann geh mal halt in der Nacht. Wir können uns eh verteidigen. Ja, ich nicht. Da macht er ein Schwert. Hast du meine Bücher mitgebracht? Kannst du mal auch einen Tropenholz selbst selber... Ein Schwein, ey, hallo, ein Schwein. Okay. Ein Schwein, ein Schwein, ey, hallo, ein Schwein. Kennst du's nicht? Cold Mirror? Nein. Kennst du nicht Cold Mirror? Doch, ich kenn die, aber ich hab die nicht gesehen. Ja, wenigstens weiß, dass es ein... Ja, gut, dann geh mal zuerst schlafen, komm. Ja, ja, ja. Hast du noch drauf? Ja. Ja, klar. Wollen wir noch, ob du schlafen gehst? Ja. Wollen wir noch, ob du schlafen gehst? Wollen wir noch, ob du schlafen gehst? Nein. Kannst du auch machen. Oder traust du dich nicht? Du... Ich traue mich nicht. Du liegst auch schon im Bett? Ja. Ja, dann kannst du doch direkt reinschreiben in den Chat. Nein, geht nicht. Natürlich. Ja, dann geh mal dir da nachachten, es war still. Ja, dann frage ich jetzt. Das kannst du auch machen, du hast dein Chat geöffnet. Ich bin aus dem Bett heraus. Ja, ich bin ja beim Bett. Ja, dann kannst du das ja machen, dass du dein Chat geöffnet. Du auch da, wie du, ne? Ja, ja. Ja, ja, es legt mich am Arsch. Das war aber legt grad. Ja? Ja, wäre schön, wenn wir dann heute noch schlafen gehen könnten. Ich habe nämlich mein Gelände immer noch nicht ausgeleuchtet. Es legt grad, ist irgendwie bei mir. Ja? Ey, jetzt geht's. Jetzt stehe ich nochmal auf, ey. Das scheint AFK zu sein. So. Ist ja genauso, als wären wir jetzt schlafen gegangen. Der Server lag wirklich. Ich disconnecte nochmal. Country-Server. Ja? Ja, ich mach mal die Aufnahme kurz aus. Okay, kurz in K-Hard. Und wir sind wieder zurück. Technische Schwierigkeiten. Ja, Technical Difficulties. Ja, das Server ist abgekackt, auf gut Deutsch. Ja, und dann noch Skype und... Ja. Ich wäre ja für TeamSpeak, aber das kann ich mir nicht leisten. Und will ich mir ehrlich gesagt, ich soll dir jetzt zu dir kommen, der die Bücher mitbringen, habe ich das richtig verstanden. Gut. So, ich hab mein Grundstück jetzt mal ein bisschen bewaldet, damit ich für die ganzen Bäume nicht mehr so weit latschen muss. Ich hab' ich... Ich hab' überlegt, ob ich die Kakaofarm wieder abreißen. warum da weil ich das Holz gebrauchen könnte aber kommen wegen den Sechstück willkommen gleich ich verhau noch wer und da er noch schnell was im Ofen ist was jetzt komme ich mal zu dir wir von dir aus ich würde halt auch immer das Gelände von mir aussehen was würdest du gern sehen wie das Gelände so hinter meinem Grundstück ist und bei den Vulkanen und so ja von mir aus kann man auch ja also jetzt müssen wir uns aber heute noch entscheiden ich bin jetzt auf dem Weg zu dir also gehen wir erst von dir aus mal gehört soll er ist ist er alle sind acht dreißig Level habe ich jetzt wo es doch eben ist ja das sind nicht meine Türen im Haus das ist ja noch nicht fertig ich hab gehört du wolltest das Dach noch fertig bauen ja aber ich habe nicht mehr genug Holz gehabt das habe ich wieder genug Holz das Dach fertig das heißt nein das tust du es nicht komm her sonst bin ich weg und spiel ich alleine wenn er hat ein Holz hingesetzt ob die Reihe fertig macht die Reihe hast du fertig ja ich hab sie abgebieten um nein ich hab was auf deinem Grundstück kaputt gemacht das ist zu sterben ich hab ein Gras abgehauen aber das wird so laut Junge es wird schon wieder Nacht zu mir eigentlich verarschen ja jetzt wir gehen in der Nacht okay dann komm das Projekt sind was für sich genau was ich ziemlich brauche mach einfach jetzt hinter das brauchst du du brauchst das ja nicht aus den Öfen rauszuholen jetzt das ist dann fertig wenn wir dann wiederkommen tschüss ich geh schon mal kommst du warte bitte komm ey ich mach hin jetzt es sind schon wieder 10 Minuten weg ich bin mir nur eine zweite ich will auch was schaffen diese Folge ich hab genug dabei komm ich laufe jetzt einfach irgendwo in den Wald und holen wir hier schon mal ein bisschen Erde bis meine Schaufel kaputt ist sollten aber weiter weg gehen das hier sind mehr als 100 Blöcke sogar da ist den Berg hier der ist nicht so schlimm es ist weit genug meine Schaufel ist ja eh gleich kaputt da genau jetzt ich geh dem Fluss entlang okay okay aber warum wenn ich da drüben schauen will ich geh Richtung Schneebium warum Schneebium ich brauche Kuchen Kuchen ja die Bäume hier halt Eiche halt und du hast ein Kuibe in die Luft gejagt sind wir auch weit genug weg das wäre jetzt die sag ich doch ach du Scheiße musst du mich so erschrecken ah Spinde was warum hast du geläftet David ich hab das Gefühl die Skype äh Skype ist mal wieder abgekackt okay wir sehen uns dann gleich nach einem kurzen Cut so da sind wir wieder zurück ähm das Problem ist gelöst Problem es war Cheating was heißt Cheating ich bin für uns selber runtergegangen ja weil da ein Creeper vor dir war nein weil Skype abgekackt ist ach so na dann müssen du jetzt hin ich bin im Wald und hack Bäume komm zu dir ich möchte nicht mehr so alleine rumlaufen siehst du mich denn nein noch nicht ich seh dich aber dreh dich rum ja hier nach rechts hier da für sich die Babysprache nur wie du sammelst mein Holz ein Hallo gibt's da eh wieder also da die Saplings und wiederholst mir auch noch die Spinne weil ich schaffe es niemals eine Spinne ich mich eigentlich verarschen dass man kommt du hast die Acht du hast die Achtdreißig Lärmö was bin ich da aufregend ich weiß es war nur ein Spaß oder ist ein Creeper okay komm du hältst mir die äh Teile vom Leib Mops oh gut ich bin immer noch in dem Wald ja aber ich habe es mir klar aber wo Minium wo bist du siehst du mich nicht ich bin auf der Lichtung wo die ganzen gefällten Bäume sind siehst du mich ja warum bist du weggegangen ich glaube so bist du direkt da hinten ist noch ein großer Baum das sind noch XP und 3 Creeper 4 Creeper 4 und 1 Skelett ja du hältst mir die vom Leib ne ja 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 oh der hat auf mich geschossen glaube ich nein der schießt auf mich ok dann ist er gut haha warte komm ich helfe dir gleich nein so bin ich ja nicht nicht explodieren hau mich nässt ich brauch keine Hilfe ja warum haust du mich dann weil du mir dazwischen rennst hast du ne Axt dabei gib mir die mal bitte mein das ist nämlich leer kaputt danke wir haben wir jetzt das Skelett noch und die Spiele ok ja ja gucci 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 da ist noch ein Skelett und 3 4 Creeper will ich dir helfen einer ist schon mal weg will ich dir helfen der zweite ist weg ja du wärst du in die Luft gegangen wären wären beide weg jetzt da kommt noch einer in der Sorge vielleicht doch etwas die sorry vom Ding entfernen und was er hier alles noch in die Luft jahren das ist egal wir sind schon weit genug weg vom Sporen sind wir 422 Blöcke weg das reicht ich setze ja außerdem auch noch die Setzlinge immer wieder hin ja aber weil alles explodiert ist macht doch nix die Reparieren das in der Stadt auch nicht da ist ein Skriper ich will mich verarschen schon wieder Tag gemacht da hinten ist Öl ich setze mir ein Sporzöl Prozent ein denn die Zölfälle du denkst um um da war auch oder oder auch das Prozent Bühne Öckel. Ich mache mir dann später, wenn ich genug Diamanten habe, mache ich mir so ein paar DIA-Transportrohre und Wasserrohre und so und dann kann ich mir die ganzen Sachen direkt zu mir. Ich kann dir die ganzen Sachen direkt zu dir. Dann geht das Ganze immer zu mir und dann mache ich mir eine Query, stelle ich mir irgendwo weit weg hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht zugehört, was das zu sagt. Ich habe auch nicht mit dir geredet. Was ist denn daran so lustig? Dann kannst du die ganzen Sachen, weil es war ich. Egal. Da komme ich von noch ein paar großen Bäume, damit es sich auch lohnt. Ja, wir müssen dann aber... Mir wäre es recht. Ja, dir wäre es recht. Wenn wir noch ein... Nein, bin ich nicht mit einverstanden. Oh, aus! Dein Ding B. umsuchen. Mein Watt-Biom? Ein Watt-Biom. Ein Watt-Biom. Nein. Hast du eine Spitzacke dabei? Ja. Ja. Ja, dann komm mal her, hier ist Koper. Frau Bisse. Ich bin... Soll ich Koordinaten sagen? Ah, da bist du doch so, nein, war doch nur ein Schwein. Wie lustig. Ich stelle mich da... Hier ist noch mehr Koffer. Oha, auf erhöhte Position, wollte ich sagen. Wo bist du, in welcher Nähe? Zu was? In der Nähe vom Schneebium. Oh Gott. Warte mal. Oh Gott, meine Eisenrüstung ist schon relativ kaputt. Tja, brauchst du eine neue. Aber ich sag's dir, mach dir keine Koperrüstung, die geht's auch schnell kaputt. Hätte ich auch nicht vorher kaputt. Ich bin ein Mann der alten Schule. Dort wo die Kinder noch geschlagen sind, wenn sie keine geputzen Fingernägel hat. Ja. Da bist du. Okay, komm, wo ist... Wo ist der Koffer? Das Koffer. Das Koffer. Wo seid ihr da, witt? Man schreibt mich da, wie doch, und nicht da, witt. Hier bin ich. Und da ist das Koper. Ja, ähm. Und wir sind... Ich schreibe, keine Ahnung, 400 Meter vom Spawnend. Was ist was? Das zweite Koper, wo ist das? Da lang einfach, genau, aufgelöst. Kann ich mich zu euch tippen? Warum? Da war oder nicht? Ja, mir ist wurscht von mir aus. Geben wir jetzt wieder in der Höhle? Nein, tun wir nicht, du holst nur die Kohle hier. Aber warte, ich hole noch das Quatsch. Das brauchen wir nicht. Du brauchst es nicht. Die Kohle brauchen wir, ja? Ja, die brauchen wir. Wenn die lässt es liegen. Mach mal im Licht, oder hast du keine Facke? Sprach, es wäre der Licht, doch, egal. Warum geht denn nicht ab? Ach, scheiß Axt, ey, immer gehen die kaputt. Wollte sich nicht zu uns tippen. Hast du mich geschrieben? Ja, ich hab gesagt, meinetwegen. Ich hab' nicht gemacht, und jetzt? Wir wollten mal schauen, ob du noch... Ah, war ja nix mehr. Ganz die Frage. Das kleinen Mombruch, was heißt das? Ist sie noch da? Oha, der hat schon eine Quantumrüstung. Scheine, Moment. Der hat sich dazu getrückt. Ja, ich hab's gesehen. Er hat eine Full-Quantumrüstung. Ja, nicht schlecht. Respekt, Herr Schmidt. Äh, nicht schlecht, Herr Schmidt. Respekt, Junge. Ich hab' übrigens jetzt, äh, vier Stacks Holz und 51. Aber mal da hinten ist irgendwas Besonderes beim Sumpf. Richtig, was Besonderes. Ja, irgendwas Besonderes Graues. Ja? Auf der Minimap kannst du schauen. Was Besonderes Graues? Stoff? Ach so, hier. Das sind die Bäume. Echt? Ja. Cool. Die sind weiß. Echt? Nee, die tun nur so. Das sind ja Rubberbäume. Was suchen wir? Hat er gefragt. Wo bist du? Äh, Stingbium. Was Bium? Äh, Urwaldbium. Dschungelbium. Oh, warte. Dschungelbium. Aber wir haben keine Axt mehr. Die sind beide kaputt. Ich hab' noch eine. Gut. Was wir an Rohstoffen brauchen. Eine Axt. Nein, ich hab' eine. Nix. Wir brauchen im Moment nix. Volkst du mir? Nee, warte kurz. Oh, ich hab' eine Quantum Suit. Einen. Ich muss angeben. Mit MFSU. Was? Mit MFSU? MFSU? Es ist ein... Das ist... Das... Also, es gibt ja die Badbox und es gibt noch eine... ein MFE und es gibt dann noch das MFSU. Das kann am meisten lagern. Speichern. Oh, ich muss angeben mit meiner Quantum Suit. Ja, irgendwann hab' ich die auch. Ey, der mit seinem Bumerang, ey. Springe noch um. Und dann hab' ich ne Quantum Rüstung. Okay. Komm, lass uns... Lass den mal zusammen umlegen, dann haben wir ne Quantum Rüstung. Wo bist du noch da? Ich glaub' nicht, dass du das schaffen wirst. Wo bist du? Hä, warum wollen die alle wissen, wo ich bin? TGW, wo bist du? Im... Schnee... Biom. Und ich hab' das Gefühl, dass die Verbindung schon wieder abgekackt ist. David? Beat? Bist wieder da? Gut. Ich hab' keinen Cut gemacht. Okay, ich auch nicht wirklich. Und was machen wir jetzt da? Ich weiß auch nicht. Die wollen alle wissen, wo ich bin und so. Ich bin voll Fame und so, ne? Der Erste wollte wissen, wo ich bin. Der Zweite wollte wissen, wo du bist. Bleib fair. Eines Weisers. Vielleicht auch schon ne halbe... ne halbe Quantum Rüstung. Okay, komm. Ja, ähm... Ich will da hinten wissen, was das Rosane bei dem Wasser ist. Deswegen geh' ich damit. Kannst mir ja nachdennen und notieren den Tieren nach. Oder auch nicht. Das sind Schweine. Das Rosane beim Wasser. Hä, während der... Mini-Karte angezeigt? Nein. Nein, auf der Mini-Karte. Mini-Map heißt das. Wo ist hier was Rosanes? Die Mini-Map halt. Wo bist du? Auf der Mini-Map. Wo bist du? Du warst so gerade auch hinter mir. Du bist gerade neben mir. Mir klingt. Das ist wie verarschen. Ich sehe dich aber nicht. Bleib stehen. Komm zurück. Da vorne. Nicht da. Da. Rennen die mit uns. Rennen die mit uns. Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ah, die rennen nicht mit uns gut. Das war ein Schwer. Drei Stück. Jetzt nur noch eins. Ha. Was ist das nur ein sauer hoher Baum? Gib mir mal bitte die Axt. 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 Ich nehme den Apfel. Ja, den Apfel noch ganz viel mehr, ne? Ja, dann gebe ich dir halt. Den Apfel gegen das Holz. Ah, kalt er das. Okay, hier der Apfel. Danke. Der Apfel. Was? What the fuck? Wie flägt. Danke. Vielleicht hätte ich nichts erwartet. Tja. Wir verfolgen uns irgendwie. Aua. Aua. Da haut mich Mama. Aua. 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 Ja, das Rostere ist weg. Ähm. Dein ist noch schon Riese. Ein Baum. Was ist das da vorne? Ach so, noch eine Ölquelle. Oh, noch mal den Baum ab, bitte. Oder gib mir die Axt. Nein. Ah, jetzt habe ich schon wieder was eingesammelt. Ich will nur den Apfel. Holz gegen Äpfel. Apfel. Wo sind die Äpfel? Ja. Wir sind das wieder. Ah, nur. Okay, wie viel Stacks Holz habe ich denn jetzt? Warte, was schreiben die Schöne? Drei. Fünf Stacks Holz hat. Für sechs Stacks. Äh, nicht in Enderman anschauen. Prost, der. Dahinten. Warte, ich setze mir mal einen Waypoint hier zu der Ölquelle. Und C. Öl. Quelle. Okay. Warte, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt voll böse. Ich schmeiß die mit Schneebellen ab. Muhaha. Ich bin voll böse. Wo bist denn du jetzt wieder? Ich bin eh hinter dir. Auch Schneebellen. Gut. Au, er haut mich. Oh nein, jetzt habe ich ein paar, äh, jetzt habe ich ein bisschen Strom verbraucht von seiner Quantumrüstung. Darf ich mal schießen? Bei wem? Guck mal in Chat. Oh, er guckt mich an. So, das Huhn hat er abgeschossen. Ich dachte schon. Ah, wie groß ist denn die scheiß Schneewelt? Kommst du? TH sagt das nochmal, was? Dass du, dass du dich, dass du ihn, dass, äh, egal. Du weißt, was ich meine. Greif ihn doch an. Zug, 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 Herr Rohr wäre mein. Ja, das ist ja ganz viel, Zug, Herr Rohr. Ich killen euch jetzt. Du musst mich verarschen. Ey! Der muss uns essen. Ah, Kühe. Was wollen die eigentlich, ey? Was, Kühe? Die gönnen mir. Ja, Dorf ruhig kein Leder, ne? Ja, ja, ja. Dome Kuh. Sorry. Juhu, Errungenschaft erzielt. Cowboy. Heißt das nicht Kau-Tipper oder so? Nein, das heißt Cowboy. Schlag oder ich schlag. Warum? Ich nehme jetzt einfach Dunkelstolz dafür dann. Wenn du loslässt, mein Freund, dann gehört deine Quantum Rüstung mir. Bei wem? Nichts. Oha. Gott, mein Schwert ist gleich kaputt. Gott sei Dank habe ich einen zweites. Mein Schwert ist gleich kaputt. Ja, das hat mir gesagt, dass wir so ewig weit weg sind und so. Ja, keine Antwort. Mein Schwert ist kaputt! Und es ist Nacht. Wie viel? Ich habe jetzt zehn Leder und wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Aber du schlagen darf sagt, nein, du hast 36 Level. Ich hab 38 Level Ja, dann schreib halt 38 Ja, komm halt her, wo bist denn du? Ja, ich bin eh hinter dir Ja, dann kill die Kühe da Wie viel Leder hast du? Jetzt eins weniger Oder nicht um eins mehr, so zu sagen Aha David? Ja Da hätte ich was gefragt Sorry Wie viel Level hast du? Schade Okay, gehen wir erstmal wieder zurück Ich hab kein Schwert Und da ist ein Skeleton Kommst du? Warte mal Was schaffst du? Ähm, ja, geh mal wieder zurück Okay, ey, ey, der hat so ne rote Lampe geklaut vom Spawn Gibt's wirklich, dass er die vom Spawn hat? Ja Gibt's nicht, Spinnen? Du musst mich beschützen Ja, was klappt Spinnen, du musst mich beschützen, vor allem, ne? Was? 3,30 Minuten schon wieder Ja, mach mal 35 draus Nein, wir waren wir, wir waren Schiedenheim, Stinner, Binnen, was auch Schiedi Binnen Spinnen Spinnen Ja gut, dann beschütze ich dich halt nicht Auch du beschütztest mich jetzt sofort Die greift nämlich dich an Da wirst du dazu gezwungen Danke für die XP Und jetzt gibt mir noch was Holz Und jetzt gibt es dir die Äpfel, ja? Das Das Holz teilen wir am Schluss, keine Angst Na, ich brauche eh nur ein Sprousewood Achso Gut, ich habe keine Äpfel, tut mir leid Da vorne ist ein Skelett und ein Creeper und eine Kuh So Warte, nein, mach das Skelett nicht kaputt Ja, ich hab's gesehen, der hat den Creeper angegriffen Ja Ich greife es mit an Nein, der geht in die Luft Ey, warum macht der keinen Schaden? Der hat bei mir kein bisschen Schaden gemacht, obwohl das bei mir direkt in der Nähe war Greif den nicht an, ja, ich versuche Nein, du gehst nicht in die Luft, Creeper Ja, komm, das gibt eine schöne Schreiplatte Ja Ja, komm, schieß Scheiß Skelett, komm schon, trau dich Pass auf, hinter dir kommen bald Berge Lauf lieber Schlecht geschossen Skelett Ja, sonst trifft ich auch immer wieder ein, Alter Schieß, schieß, schieß Sonst schlage ich dich Ich bin direkt hinter dem Skeletten, das macht mir nichts Boah, da ist ja eine Hülle Autsch, jetzt greifst du mich an, bist du blöd? Ja, was hast du so angriffen? Ich hab's überhaupt nicht angegriffen Boah, das hätte noch einen Schuss gefehlt Ja, ist er schon explodiert? Ne, ne Achso, ich hab glaub, du hast Ich hab kein Schwert Ja Ja, gut, geh mal heim Ja, tun wir Rieger ich wieder hell Kannst du mal kurz dein Schwert leihen? Das ist dumm Da ist ne Spinne, pass auf Ja, hau so um Das ist noch eine Hinter dir Da vorne Ja, kommst du mit? Huuu Reif die mich an Weiß uns Creeper Das ist ein Skelett und eine Spinne Was ein Glück, dass die alle dich Vorsicht, Creeper Was ein Glück, dass die alle dich angreifen, nicht mich Verdammt, kein Minium Ich hol mal noch die Kühle, dann können wir auch haben Kein Leder Ja, wie viel Leder hast du eigentlich jetzt? Da oben ist auch noch eine, ne? Ja, ja Ich muss noch was essen Tu das Wie viel Leder habe ich? Na, neun Boah Ich hab 14 Super Ich bin besser als du, ich hab mehr Leder 36 Minuten Ja, mach mal deine 40 Minuten Folge draus Oder wir, wir tun uns in Oder wir sagen, wir machen Was machen wir denn? Sagen kann man viel, ne? Machen aber auch Äh, wir müssen aber nochmal nach rechts, ich brauche noch Sprousewood Wo bist du denn? Äh, jetzt rechts Nein Ja, genau In die Richtung einfach gerade aus Ja, ich seh dich Wofür brauchst du's, Browswood? Das, finde ich, sieht schön aus Naja Also mit Zwachs schon Ansichtssache Mach hin Ja, ist ja gut Brauchst du das Browswood oder dich? Nein, ich brauch's nicht Da liegt noch eins Okay Ja, da liegt eins Da lag eins Ich hol mir noch hier das Zuckerrohr Brauch ich zwar nicht, ich hab schon genug Brauchst du das? Nein, ich hab auch schon genug Eigentlich Und ich hab noch Kühe gefunden Cool Warum? Ich dachte schon, ich hätte das jetzt wieder eingesammelt oder so Hast du ja wahrscheinlich auch Nein, hab ich nicht Äh, du hast noch was vergessen, ganz viel Ah, scheinen sogar mehrere neue dabei zu sein, denn GZ, GZ hab ich nur nicht gesehen Doch, der ist vor kurzem erst heute Ja, also ist der aber auch neu Ja, aber du warst da dabei Da hat er ja den Server restarten müssen Das war wegen dem Ja Der ist alle schuld, ey Den muss man sofort mal umlegen Gut, wenn es meine Spitzhacke kaputt ist, dann Das ist eine Axt Mein ich ja Dann kann man Da liegt noch was Zwei Stück oder so Ja Ja, danke Ich wette mit dir, der überholt uns noch Wir haben bisher so nicht wirklich was geschafft Ja, spiel mal Keine einzige Sache, die von Ticket ist Nein, aber ich weiß schon, was ich als erstes mache Ich mach einen Generator Ich mach eine Sicherheits Tür Also Passwort geschützte Tür, man nimmt natürlich Na, mal gucken Das kommt bei mir zu mich am Schluss Also ich baue als nächstes Also wahrscheinlich nächste Folge, gehe ich mir davon aus Das war jetzt hier ja die Vorbereitung dafür Werde ich mir dann mein Haus bauen Oder damit anfangen jedenfalls Ich werde weiter machen Weil wir waren ja sehr lange in der Höhle Und das ist dann mal eine Nette Abwechslung dazu Genau Ich glaube, ich habe genug Ja, ich gehe noch auf den Vulkan Gott, ich komme noch mal drauf Bringt zwar nichts so weiter Warum Vulkanbesteiger Warum? Ja, es ist sicher total heiß Nicht lustig Ich weiß Kommst du denn? Ja, ich bestehe Das dauert ohne Spitzhacke so lange Was? Das besteigen Besteigen ist ja auch zweideutig Ich glaube, der Ich glaube, der Der Dieser Odissi oder wie der heißt, ist er ein bisschen ein Asadomaso Typ Für jeden Fall ziemlich angeben Ja, ich würde auch angeben, wenn ich eine Rüstung hätte Moment bitte Immer am Ende der Folge will jemand was von dir Ja, bis am Ende ist mittendrin Naja Ach, du hast eine Spitzhacke, ne? Budelma hier aufstieg, wo bist du? Ich bin einmal um den Vulkan herumlaufen Dumm oder so? Ja, ähm Komm gleich! Entschuldigung! Ein Moment bitte, bin aber nicht böser! Doch, bin ich Nicht du Doch ich bin aber auch böse Ja, es ist mir scheißegal Wieso bist du lieb? Lava Ja, gut Und mit diesem Wunderschöner Ich bin aber, ich bin aber auch Ich bin aber auch Ja! Ja! Hast du Stein? Hast du Stein? Ja Dann setz mal genau hier in die Mitte, wo die Lava rauskommt Ich werde da jetzt aber nicht draufgehen Puh So macht man das nicht Du brenst es über ands auch Nein Nicht dein Ernst Was musst du du? Ich glaube, du soll da was draufsetzen Ey, cool! wenn man brennt kann man Doppelsprünge machen okay das würde ich sagen mit diesem wunderschönen Ausblick über nur Schnee nur Schnee nur Schnee nur Schnee und verabschieden uns für wir für diese Folge und es verabschieden uns wir stelle ich mal auf die andere Seite da nämlich nicht in die Lava stoßen stell du dich erst dahin ja gut danke fürs Zuschauen und wir haben euch lieb und tschüss no homo ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut